Hallo und herzlich willkommen zu meinem ersten Cosplay-Video. Heute werde ich euch zeigen, wie man ein solches Brustteil hart bekommt und angemalt. Dafür braucht ihr Montagekleber, normale Farben, mit denen nachher das angemalt werden soll, eine Abtönfarbe, die muss schön dickflüssig sein, normalen Bastelkleber, Sandpapier und normales Haarspray. Untertitelung des ZDF, 2020 Vielen Dank. 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 Vielen Dank.